Na? Komm schon. Hahaha. Okay, das bringt es nicht wirklich. Jetzt aber. Ja. Jetzt brauche ich doch bestimmt den Würfel hier oben, ne? Ja, war klar. Äh. Dann bringe ich ihn mir mal hier hoch. Orange und blau. Da ist er schon. Oh, ich liebe dieses Spiel. Und jetzt lasse ich mich da rüber schießen, indem ich in das blaue Portal reinklicken. Blaues Portal. Ja. Und das gleiche jetzt nochmal für das Orange, ne? Äh, für die andere Seite einfach. Yeah. Cool. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Ich kann ihn da bestimmt mitnehmen, ne? Ja. Haha. Ich wusste es. Tada. Ich habe etwas rausgeschmuggelt. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam. Und wir haben so viele davon. Du Arsch. Den wollte ich mitnehmen. Ich gönnte mir gar nichts. Kein Spaß, keine Freunde. Jetzt sitze ich ja mein Leben lang alleine rum. Und teste für die. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Was für Grills? Ach, die hier. Oh nein. Schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte. Falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Achso, doch. Klar. Ich kann ja hier jetzt rüber gehen. Jetzt muss ich nur irgendwie die Laserstrahl da oben reinlenken. Kann ich das Ding nicht hier draufsetzen? Nee, ach. Wie mache ich das denn? Das ist doch blöd. Achso, klar. Ich vollpfosten. Das ist total einfach. Ich muss nur zwei Portale setzen. Und mir diese komische Lupe hier rüber holen. Und die einfach hier reinsetzen. Ich kann nicht nämlich einfach... ...zurücklatschen. Und den Test beenden. Jawohl. Leichter gesagt als getan. Beziehungsweise es war leicht getan und gesagt. Ach, da oben ist eine Turbine. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Sieht cool aus. Haben die echt gut gemacht. Was macht das Ding da? Das weiß auch nicht so recht, was das machen soll. Hat nichts zu tun. So, was ist das denn jetzt hier? Wisst ihr was? Ich mache hier mal kurz Pause. Ich werde gleich von den letzten Kontrollpunkten hinten wieder starten. Ich brauche was zu essen. Bis später. So, gesättigt und bereit, mir weiter dumme Sprüche von einem Roboter anzuhören. Was muss ich jetzt nochmal machen? Ich würde sagen, ich muss hier hochspringen. Hey, hey, ich bin's. Mir geht's gut. Ah. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du was? Moment. Ist mein Audio wieder hochgegangen? Ne, passt. Ich muss kurz was checken. Das ist das, oder? Ich? Versuch's jetzt. Glaubst du es nicht? Ich lag da einfach so rum. Dachte schon, das wäre meine... Hm. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich fühle dir auf dem Malgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst du richtig gut aus. So gesund. Versuch's jetzt. Ich versuche es. Ein paar Nullen hinzufügen. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er auch... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Ich schätze, das ist eindeutig, was ich hier machen muss. Ich muss mich hier hochladen lassen, dann falle ich da hinten raus. Ah, cool. Ja. Das gleiche mache ich jetzt einfach nochmal. Da links, lasse ich mich jetzt da hinten drauf schießen. Ja, aber ich muss erst die Tür aufmachen. Wie mache ich denn das? Hm. Also hier muss ein Laser hin. Das Problem ist jetzt... Und ich muss hier einen Schalter drücken. Okay, dann lasse ich mich mal da hochschießen. Au. Hallo? Ah, jetzt. Also dieses... Wie heißt das jetzt? Diese Plattform zum Abschießen ist jetzt... Notwendig für alles anscheinend. Ne, falsch. Egal. Okay, ich habe meinen Würfel, um den Laserstrahl umzulenken. Ich würde sagen... Wir müssen den... Gleich hier durchleiten. Das mache ich aber später. Zuerst... Lass ich mich oben zur Tür schießen. So. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Hohoho. Meine Fresse, dass die Freundin, die am Leben findet... Ach, die hat ja keine Freunde. So, Tür auf. Cool. Und Tür zu. Und wieder erfolgreich eine Testkammer durchschritten. Na, durchschritten wird jetzt nicht so... Nicht der passende Begriff. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Durchflogen. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Hm. Was muss ich machen? Ich brauche den Würfel da. Die Frage ist, wie komme ich an den Würfel dran? Ich habe eine Idee. Ha. Tolle Idee. Moment, den Würfel nehme ich aber mit. Hallo? Ah, da ist er ja. So. Ne, das will ich nicht. Ich glaube, ich muss den Laserstrahl hier unterbrechen. Kann das sein? Wahrscheinlich. Versuche ich einfach mal. Okay. Ja, jetzt kann ich mich da hochschießen lassen. Ich probiere es einfach mal aus. Ah, und jetzt muss der Laserstrahl hier rein. Hm. Hm. Okay. Ich glaube, ich muss an der Etage wieder runter. Weil hier habe ich ja den Laserstrahl dazu benutzt, beziehungsweise den Würfel dazu benutzt, den zu unterbrechen. Oh. Nein. Jetzt habe ich meinen Glaswürfel hier runtergeschubst. Wo ist er hin? Da hinten. Den brauche ich doch noch. Und zwar werde ich jetzt mit diesem Glaswürfel oder mit diesem Spiegelwürfel den Laserstrahl hier auf diese weiße Fläche leiten. Dort ein Portal erzeugen. So. Dann werde ich diesen Würfel hier wieder mit nach oben nehmen. Um. Weiß ich gar nicht, was ich damit machen wollte. Also das allererste ist, da unten ist das blaue Portal. Das heißt, ich muss das orangene hier dran setzen. Dann geht diese Tür auf. Und jetzt kann ich mich noch weiter nach oben schießen lassen. Jawohl. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Also brauchst du gar keinen oder was? Wenn ich, wenn eins mehr ist, als du brauchst, dann, äh, brauchst du null. Dann muss ich abhauen, würde ich sagen. Oh, hier wird was erklärt. Was wird denn da erklärt? Ach, wie diese Brücken funktionieren, die es in Portal 2 gibt. Die haben wir jetzt im Spiel noch nicht gesehen. Also, Sonne. Muss ich das verstehen? Moment, nochmal. Das interessiert mich jetzt. Also, so eine Solarzelle, Sonnenstrahlen, also Energie, die umgewandelt wird in... Was auch immer. Was auch immer. Also, ja. Muss man nicht verstehen. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Oh, wie schön. Ich würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Oh. Müsst, den Würfel muss ich irgendwie retten? Ist nur die Frage, wie rette ich den? Ich komme da noch gar nicht dran. Was ist da in der Scheiß? Äh, hm. Kann ich vielleicht... Ich muss zuerst zurückgehen hier. Dann... Muss ich quasi immer weiter nach unten umziehen. Ah. Ich kann mich hier durchleiten lassen. Glaube ich. Indem ich... Diese Fläche hier benutze. Ja. Funktioniert. Okay. Ich hab's. So. Jetzt fange ich mit dem... Mit dem Würfel... Äh, mit dem... Mit der rocke den Würfel auf. Ja. Hab ihn. Hab ihn. Vielen Dank.